Alter, Franz, was geht ab, Mann? Lass mal ein bisschen laufen. Okay, ja, geil. Richtig geiles Wetter heute wieder. Na, wie willst du es gut machen? Hier, Franz. Da ist ein Glücksbrunnen. Ich hab übelst Hunger. Also ich hab gehört, bei dem Brunnen, da kann man wirklich Geld rausholen. Wenn man vorher Geld reinschmeißt. Das ist so schlecht. Und wie freudig du aussiehst.